Ganz herzlich willkommen zurück. Heute sind wir in der Marienkapelle Schleitheim und ich darf euch und ihnen heute dieses E-Piano vorstellen. Es ist von Yamaha und hat ja übliche Klavierdimensionen und darauf darf ich euch und ihnen heute auch wieder drei kurze Stücke improvisieren. Es geht los mit etwas vielleicht Klassischem. Mal schauen, was passiert und dann geht es weiter mehr in Richtung Romantik und zu Ende gehen wir wieder zurück zu etwas Klassischerem. Ich wünsche schon mal ganz viel Freude und ja, wir sehen uns spätestens nächste Woche. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020